Super. Ich versuche den noch tot zu kriegen. Das muss noch klappen. Und das war's. Feierabend. Da ging er relativ schnell tot, muss ich sagen. Hurtigkeitssalbe. Ascheregenhandschuhe. Schwere Plattenrüstung. Und Smaragdring. Damit kann man leben. Schwere Kettenrüstung. Oregon ist aufgestiegen. Naturischen Nützen. Weiter. Hm. Machen wir Meister auf die Kräuterkunde. Vormandler machen wir nicht. Da fehlt noch Magie. Schade. Was haben wir denn hier unten noch? Geist. Hm. Todes Magie. Geist. Das machen wir nicht. Fluch der Euroführung. Das machen wir mal. Au. So. Erste Verzauberung. Herr Bauer. Ich bin zu alt für sowas. Irving. Wie geht es euch? Es ging mir schon besser. Aber ich lebe noch und dafür bin ich dankbar. Das ist doch wohl euer Werk. Nicht wahr, Wind? Richtig. Ich war nicht allein. Ich hatte Hilfe. Der Zirka schuldet euch beiden mehr, als wir je zurückzahlen können. Kommt. Die Templer warten. Wir müssen Ihnen sagen, dass der Ton wieder uns gehört. In Ordnung. Aber bitte beeilt euch. Gregor soll so bald wie möglich erfahren, was hier geschehen ist. Hm. Na ja. Man müsste dich auch noch groß umsehen. Im Prinzip haben wir alles gefunden, was wir uns jetzt haben. Seid ihr bereit zu gehen? Wir sollten den Templern erzählen, was hier geschehen ist. Ja. Ihr müsst mich die Treppe hinunter geleiten. Verflucht sei derjenige, der festgelegt hat, dass der Zirkel in einem Turm sein muss. Irving? Beim Atem des Erbauers. Ich glaubte nicht, euch lebend wiederzusehen. Es ist vorbei, Gregor. Aldrid ist tot. Aldrid hat die Magier gefoltert, um ihren Willen zu brechen und sie in Abscheuligkeiten zu verwandeln. Wir wissen nicht, bei wie vielen ihm das gelungen ist. Was? Macht euch nicht lächerlich. Natürlich sagt er das. Er könnte ein Blutmagier sein. Wisst ihr, was sie getan haben? Ich lasse so etwas nicht noch einmal zu. Ich bin hier der Kommandant. Nicht ihr. Wir haben den Turm zurückerobert. Ich vertraue Irvings Zusage, dass alles in Ordnung ist. Aber in ihnen könnten Dämonen lauern die... Und abweiden. Genug. Meine Entscheidung ist gefallen. Danke. Ihr habt bewiesen, dass ihr ein Freund des Zirkels und der Templer seid. Ich habe euch Hilfe versprochen. Aber der Zirkel existiert noch. Und jetzt muss ich die Magier beschützen. Aber sie können euch helfen. Sprecht mit ihnen. Ich muss die Aufräumarbeiten im Turm überwachen. Vielleicht finden wir noch Überlebende um die wir uns kümmern müssen. Entschuldigt mich bitte. Und Irving. Es ist gut, dass ihr wieder da seid. Ach. Wir gehen uns sicher schon bald wieder gegenseitig an die Kehle. Ah ja. So. Wo ist Irving? Da sind wir nun. Der Turm ein Chaos. Der Zirkel beinahe ausgelöscht. Aber es könnte noch viel schlimmer sein. Ich bin froh, dass ihr gekommen seid. Ich bin froh, dass ihr euch zu uns gesapptet habt. Der Traum ist aber auch selbst, euch zu uns gesapptet. Euch gegen die dunkle Wut zu helfen ist das Mindeste, was wir tun können. Ich habe all das nicht überstanden, um gegen die Verderbnis unterzugehen. Ihr habt mein Wort als erster Verzauberer. Der Zirkel wird sich den Grauen Wächtern im Kampf anschließen. Irving, ich habe eine Bitte. Ich möchte den Grauen Wächter begleiten. Gwyn, wir brauchen euch hier. Der Zirkel braucht euch. Ich danke euch für diese Worte, Irving. Aber der Zirkel kommt auch ohne mich zurecht. Der Zirkel hat euch. Diese Frau ist tapfer und gut und zu groß und fähig. Ich möchte ihr helfen, ihre Ziele zu erreichen, wenn sie meine Hilfe annimmt. Ihr wart noch nie gern im Turm, wenn woanders ein Abenteuer zu erleben war. Warum bleiben, wenn ich woanders zu Diensten sein kann? Dann gestatte ich euch, dem Grauen Wächter zu folgen. Doch wisset, dass ihr hier immer einen Platz habt. Es gibt hier viel zu tun und ich muss gehen. Vergebt mir, dass ich ein so schlechter Gastgeber bin. Wenn es soweit ist, stehen wir an eurer Seite. Sehr schön. Wien stimmt zu. Kodex aktualisiert. Oh. Was mit Kuln das Orsloch? Ich wäre gerne mitgegangen in den Kampf. So, dann haben wir wieder einen Kollegen. Meine Männer haben den Turm durchsucht. Es sieht furchtbar aus. Aber die Abscheuligkeiten sind weg. Ihr wart sehr gründlich. Ich bin beeindruckt. Bis auf den Einraum mit den Templern. Wo dort die 20 Templern drin stehen. Und ich bin dankbar, dass ihr gekommen seid. Schon bald? Hm. Das bezweifle ich. Aber etwas Optimismus kann ja nicht schaden. Ich halte euch nicht auf. Lebt wohl. Okay. Dann wollen wir es mal einkaufen gehen hier. Wir haben jede Menge Blunderhör. Ihr habt die Abscheuligkeiten alle vernichtet. Unfassbar. Ich dachte, wir würden hier alle sterben. Jetzt braucht ihr sicher Nachschub, oder nicht? Ja, ja. So. Ich werde an dieser Stelle abbrechen. Ähm. Nächstes Mal geht es weiter. Da werden wir uns wahrscheinlich eins der anderen zwei Ziele oder drei Ziele aussuchen, die noch übrig sind. Ja. Das soll das mal gewesen sein. Wie gesagt, heute mit Saboteur. Schön mit Dragon Age Origins. Und ja. Ich denke mal, die nächsten Tage wird es jetzt weitergehen. Und ja. Bis zum nächsten Mal.